Das Neues von Sapphire, beziehungsweise es ist jetzt schon um die zwei Wochen gibt es das schon. Ihr kennt vielleicht von Sapphire den Funnel oder auch die Powerball, die sehr zu empfehlen ist. Die gibt es natürlich auch noch in der XXL-Version, die XXL-Powerball. Dann der vierte Kopf, den Sapphire rausgebracht hat, war der Hotshot. Und jetzt ganz neu, der fünfte Kopf, so nennt er sich auch, ist der Number 5. Der Kopf ist eine Vortex, beziehungsweise Vortex sein, hier unten ganz normal mit Scheinheit-Dichtung. Ihr kennt auch wieder das Original an dem braunen Ton. Ja, zur Verarbeitung. Also man sieht wirklich hier, das ist wirklich gerade, das ist optimal gerade. Man sieht, das spricht wieder für die Qualität von Sapphire, wie bei den ganzen anderen Köpfen auch super verarbeitet. Der fühlt sich auch ziemlich stabil an. Die Löcher sind schön freigeboren, sind alle auf einer Höhe, es sind genau fünf Stück. Mein Kopf ist noch ein bisschen dreckig. War zu voll den Sauberzimmer, schon ein paar Mal mit ihm geraucht. Ja, kommen wir einfach mal zu ein paar Daten. Von dem Kopf, der Kopf selber ist ungefähr 9 cm hoch, hat einen Außendurchmesser von 9 cm, ja ungefähr. Einen Innendurchmesser von ungefähr 7,5 cm. Und ja, die Tiefe liegt bei, ich würde sagen, 2,1 cm. Und jetzt muss man mal schätzen, wie tief ungefähr, ich würde sagen, so 1,5 cm ist ungefähr das Loch in der Mitte tief. Ja, soviel dazu. Können wir das Ganze mal wiegen. So, der bringt jetzt mit Dichtung, also ich habe hier ganz normale Scheinheit-Dichtung drin, bringt der 185 Gramm auf die Waage. Machen wir einfach mal ein Setup machen. Ich probiere den Fruchtrauch, Frucht, ups, na, wird so zugehen. Den Fruchtrauch-Frucht-Mix. Das Review zu dem Tabak kommt dann die Tage. Ich habe das Ganze mal hier abgefüllt und ja, ich werde dann jetzt einfach mal was in den Kopf hineingeben. Na, ein bisschen klipprig. So, den Kopf mal gut voll. So, müsste eigentlich schon längst reichen. Na, gerade hier so ein bisschen verteilen. Auflockern. So, also, ups, 185 Gramm hatte der. Ah, ich habe da jetzt keine, 19, keine 10 Gramm doch. Das sind 13 Gramm Tabak ungefähr, die ich hier drin habe. Ist schon ein bisschen mehr, ich denke mal, kann den auf jeden Fall noch voller machen. Ist bis, ja, bis gut an die Löcher gefüllt. Zu der Lochung. Ich habe ihn schon mit der zwei Lagen etwas dickere Adolfolie, wie immer bei mir, mit meiner Atomlochung geraucht. Wie ich eigentlich fast jeden Kopf rauche. Beziehungsweise gerade der Fire Power Bowl. Und auch schon mit der Rundlochung. So einfach zwei Reihen Rundlochung. Auch wieder zwei lang dickere Adolfolie, so wie ich es bei dem Pfanne mache. Es hat beides gut geklappt. Ich werde es jetzt nochmal mit der Rundlochung brauchen. So. Das muss ich leider noch mal schneiden. Ich habe nämlich Pfeife nicht sauber gemacht. Und die Kohlen brauchen auch noch ein paar Minuten. Ich melde mich dann gleich zu. Ja, da bin ich wieder. Ich habe noch vergessen. Wie sieht man, ich rauche mit drei Bricos auf meiner Shisha und Igelglas Schlauch. Also ich muss sagen, ich finde den Kopf absolut klasse. Also vom Durchzug ist der super top. Gehört zu meinen neuen Lieblingsköpfen. Es raucht noch nicht so super. Es kann auch sein, dass ich das Setup mit dem Fruchtrauch ein bisschen verkackt habe oder so. Ich rauche den zum allerersten Mal. Ansonsten zum Kopf muss ich sagen, 10 von 10 Punkten. Absoluter Lieblingskopf. Nice to have. Leg den auf jeden Fall zu. Also es ist von mir eine klare Kaufempfehlung. Gerade für die Leute, die auch die ganzen anderen Sapphire Produkte haben, die anderen Köpfe. Das ist wirklich ein empfehlenswerter Kopf. Kann ich nur empfehlen. Preis, habe ich glaube ich nicht gesagt. Ja, der kostet 12,95 Euro war das, glaube ich. Das ist die Night Blue Edition, ganz in blau. Die Special Edition, ich glaube in blau-weiß und so, die kosten 13,95 Euro, also 1 Euro mehr. Kann man dafür ausgeben. Ja, es lohnt sich auf jeden Fall. Soviel dazu. Und das war es eigentlich auch von mir schon. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Und wir sehen uns beim nächsten Mal.